Selbst ohne eine zusätzliche Erderwärmung in der Zukunft wird das Abschmelzen des grünländischen Eisschildes Wissenschaftlern zufolge zu einem erheblichen Anstieg des Meeresspiegels führen. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie wird allein die bisherige globale Erwärmung einen Verlust des Eisvolumens um 3,3 Prozent verursachen. Das würde wiederum zu einem Anstieg des Meeresspiegels um über 27 Zentimeter führen. Die Autoren der in der Fachzeitschrift Nature Climate Change publizierten Untersuchung geben zwar keinen genauen Zeitrahmen an, doch könnte der größte Teil dieser Entwicklung den Forschern zufolge bis zum Jahr 2100 geschehen. Damit würden bisherige Prognosen das Risiko für dieses Jahrhundert unterschätzen. In einem Bericht aus dem vergangenen Jahr etwa geht der Weltklimarat IPCC in seinem Szenario mit dem höchsten Treibhausgasausstoß von einem Anstieg des Meeresspiegels um 18 Zentimeter bis zum Jahr 2100 aus. Bei den schockierenden Ergebnissen der nun veröffentlichten Studie handelt es sich zudem um die Untergrenze, da die Schätzungen eine zukünftige Erderwärmung nicht mit einbezogen haben. Das erklärt Hauptautor Jason Box vom Geologischen Forschungsinstitut für Dänemark und Grönland. Das Klima um Grönland herum müsse sich nur weiter erwärmen, um den Effekt schon zu verstärken. Wenn sich die starke Schmelze aus dem Jahr 2012 jedes Jahr wiederholen wird, dann könnte der Meeresspiegel der Studie zufolge um 78 Zentimeter ansteigen. Genug, um weite Teile niedriggelegener Küstengebiete zu schlucken und ihre Bewohner heimatlos zu machen.